Ach ja, auf! Schon um 12 Uhr, wie die Zeit vergeht! Alter! Ach ja, jetzt geht es! Da! Oh, lege Dürre! So, haben wir hier bei Bedarf schon irgendetwas? Ja! Oh, doch! So! Dreifache! So, da haben wir noch ein paar Drehte! Wow! Schreie noch lauter! Ne, das... Er hat hier nur laut geatmet! Wow! So, atmet der... Für mich! Das hörst du sogar du! Das ist der Hammer! Er redet doch immer so leise! Das ist der Hammer! So wie Prickle ich... Wunderbar flüstert! Boah! So! Oh! Ich bin noch nicht gestürzt! Aber warte mal drunter, sehe ich doch etwas... Deswegen muss ich mich jetzt in der Akkurt stürzen! Wegen der Waffenkiste! Das ist ganz wichtig! Ja stimmt! Ich wusste doch das, was ich habe... Hier gab es den Loot Instinkt! Oh Gott! Den Loot Instinkt! du willst gar nicht wissen was drin ist nur schrott das hat mich ja beinahe über die klippe geschlupst komponente nörder komponente ja natürlich wie bei der revolution ja ja und dann können wir das ja hier machen ausgezeichnet immer duschen jungen ja da kommen wir da 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 noch einer da noch einer das war die katze das kam ein der ich verabrede ich sie sich zurück vor allem der Schotthaufen das 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 soll ich war ein bisschen was wie bist du gerade gestorben bist du gerade ja genau so ähm ich kriege den vielleicht noch vielleicht krieg ich den noch oh baby wenn ich nicht nur nachladen müsste nachladen müsste so hab ich den noch gerade besiegt logstrap schief mir frei bekommen baby das ist blöd ja schade so wie es aussieht das gibt's doch nicht kräftige nicht ach so streuscht ein bisschen feuer hier aus ganz toll dass das etwas nützt da hat er viel gebracht wie sich hat die ganzen klebbi's hier wie viele du da noch findest ich hab mal nirgendswo mal welche gefunden guck mal nach oben aber das bringt leider bringen die nichts was los wie sie alle im Chor schreiten gerett glatt glatt so wir nun also zugekommen das dürfte erreichen okay er kommt dann lassen wir das mal da ist eine waffenkiste so so was heißt das geh mal ran zu dieser statu und lesen mal den text aber was heißt das ich kann mal wissen das wäre der halk so was haben wir denn hier gibt es hier irgendetwas das das ist eine waffenkiste ich glaube das ist auf 1 Sekunden warum ich überhaupt noch hingehe obwohl ich nicht mehr wusste was tatsächlich gleich mal wäre ich bin was runtergefallen ich bin auch gleich tot ich komme hier nicht mehr hoch nein ja ok okay ja das ist auch die 600.000 kommt was nur 600.000 ist ein Witz ja eben wir werden immer scheitern solange die Kinder der Revolution gegen ihren führenden Herrscher kämpfen werden, um mich, ihren neuen Herrscher zu schätzen Moment, das kam jetzt falsch raus und falsch rein so da haben wir auch noch eine Kiste Kiste? Kiste! wo ist die Kiste? na toll nix das gibt es doch nicht nur Müll nix 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 es hat auch noch einen Move drauf und zwar wie man jetzt erfolgsversterben sieht und dafür kriegst du vielleicht bestimmte Keyframes, wie jetzt zum Beispiel Echt? Nö! Du meinst! Nur ein bisschen öffentlich, ja? Das geht doch noch! So, stimmt! Jetzt müssen wir hier relativ schnell sein, weil dann kriegen wir, wenn wir ganz schnell sind, kriegen wir hier einen besseren Waffensort Echt? Okay! Ja, pass auf! Die ist hier angekommen, die ganzen Pappkisten innerhalb der kurzen Zeit Weil, das wirst du gleich sehen, sobald wir hier noch ein Stückchen weitergehen Jetzt machen wir hier diese jeweiligen Pappdinger So Alles da! Alles Sehr gut So, pass auf, wenn du nämlich hier sehr viele Papp-Gegner hier killst, geh nicht die jeweiligen grünen Lichter an und je mehr du davon machst, desto besser bist du dafür schauen, kommst du noch hier an diese Kiste ran Ah, so! So, Feuer-Resistenz Langsam Langsam Das ist unser unserer Generation, das ist der Witz Ah, das ist nicht, nicht, oder? So, haben wir hier irgendwas drin? Okay, in the time we are serious, no boss here Richtig, da ist jetzt kein böser Boss hier Nein, natürlich nicht Also komm, ich bitte dich, Bosse in Borderlands vergibst uns sowas Ne, der würde uns doch nicht verarschen, oder? Okay, dieses Mal sind wir wirklich ernst, hier gibt es keinen Boss Richtig, kein Boss Richtig, kein Boss Oh Ja Die hat dir gehofft, dass es nicht dazu kommt Hör, was weh dich Ich komme jetzt kaum erwarten Also los Entschliebe ein freies Pandora Entschliebe die Revolution Yay Die war der Revolution Dachte ich bitte, da gab schon noch eine Kiste Mh Ah, das war So, was ist die hier? ich brauche nix schon wieder die equalizer unendlich feuerkraft aber mit einem sechser revolver marazin nehme ich mit so jetzt geht's zum ende ich nehme eine equalizer tausche die ein gegen eine equalizer stadt zwei habe ich jetzt eine sechse so das war es jetzt jetzt geht's es hört auf wo es begonnen hat ein schönes ende so hallo meine freunde hyperion hat mich gebeten euch zu noch größeren besseren planeten zu transportieren sobald ihr diesen kleinen scheißer erledigt ab aufregende neue welten wie idensex also einmal auf idensex wenn sie mehr als einen schuss brauchten haben sie ok ok ich bin auch nicht drauf programmiert dauernd gänsefüßchen in die luft zu zeichnen aber offenbar wenn ich fertig mit meiner programmierung meiner skraven und meiner geduld mit sein hat ihn sehen wir dann später auch noch wieder in so präsentiert und der bus sogar noch heile okay gut der breit ist ein bisschen ab das noch in einem stück immer mögliche schütze Das wird voll ins Auge geben. Puts, pats. Ja. Huch. Gegner? Gegner? Oh. Doch hier kommt gut ein Geschütze. Komm mal. Das ist ein Gegner. Nein, Delay. Oh, 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 oh. Zuglück. Oh, gleich ist er down. Oh, tschüss. Das ging doch viel zu schnell. Da kann meine Sniper. Warte mal, ich will mal sehen, ob er irgendwas kann. Okay. So. Nein, 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 nein. Leben kippt ihr mich nicht. Merkt euch. Ich erledige jeden einzelnen von euch mit bloßen Greisarmen und gerade eure Skies als schicke Trophäen. Niemals aufgeben, Brüder und Schwestern. Er fehlt das Schützer der Revolution. Mord, Totschlag, Tötung, vernichten, auslöschen. Was geschieht mit mir? Ich habe Angst! Ich kippe den Geist aus. 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 Da hat mich in keinerlei Zweifel. Ich spüre es, aber nicht. Ich habe Angst. Hallo, Reisender! Und so ist das tatsächlich gewesen. Bis auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben.